Jesus sagt, dies sind turbulente Zeiten. Es ist Zeit, der Wahrheit ins Auge zu sehen. 2. Oktober 2020 wurde von Jesus durch Schwester Claire gesprochen von Jackie. Jesus begann, meine Leute, diese Zeiten sind turbulent und unsicher. Deshalb beten wir so leidenschaftlich, dass die richtigen Dinge getan werden für den Schutz eures Präsidenten und für die Ausübung eures Wahlrechts. Es wäre einfach für euch, auf die Unruhen in eurer Nähe zu reagieren, aber ich bitte euch, lasst euch nicht in diese fabrizierten Streitereien hineinziehen, die jene erzürnen, die es nicht besser wissen. Sagt den Jüngeren, ihr werdet von einer rücksichtslosen Schattenregierung manipuliert, die euer Leben zerstören und euch sogar vom Planeten fegen will. Sagt ihnen, dass fast alle Probleme von professionellen Krisenakteuren fabriziert und inszeniert werden. Sie wurden angeheuert, um die Öffentlichkeit in die Irre zu führen, damit sie denken, dass es irgendein Bürgerrechtsproblem geben würde. Diese Menschen, die angeblich von Polizisten getötet wurden, sind bereits früher in anderen Krisenrollen für die Regierung aufgetreten. Dies sind psychologische Operationen. Mit anderen Worten, sie sind in der Lage, eine Menschenmenge in Aufruhr zu versetzen und Probleme zu schüren. Es geht nur darum, mit euch zu spielen und euch nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen. Im Moment geht es darum, jene Menschen zu besiegen, die sich für christliche Werte einsetzen. Es geht darum, die Religionsfreiheit und so viele andere Freiheiten zu schützen. Es würde euch krank machen, die Tiefen ihrer Verderbtheit zu sehen. Vieles von dem, was sie tun, hat seinen Ursprung in geheimen Zeremonien, die Satan gewidmet werden. Er ist ihr Führer. Er ist derjenige, der das Sagen hat. Baal ist heute genauso lebendig, wie er es vor 3000 Jahren war, als die Menschen ihre Babys als Opfer in glühenden Kesseln darbrachten. Abtreibung ist die heutige Variante des glühend heissen Kessels. Meine Leute, diese undurchsichtigen Menschen tun Kindern unaussprechliche Dinge an und verzehren in der Tat ihre Körper in Spottzeremonien. Sie verspotten das Opfer meines Leibes und meines Blutes, welches ich für euch alle dargebracht habe. Ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr nichts zu befürchten habt, da ihr betet und zu mir kommt, um gestärkt und beschützt zu werden. Ich reisse dieses böse Imperium nieder, aufgrund eurer fortwährenden und leidenschaftlichen Gebete. Jene um euch herum sind jedoch immer noch ziemlich naiv und sie haben keine Ahnung, wie sie manipuliert werden. Ich möchte, dass ihr ihnen sagt, sie sollen Hillary Clintons Vergangenheit recherchieren, ihre Verbindung zum Satanismus, zur Folterung von Kindern und dem Verzehr ihres Fleisches. Es klingt unglaublich, nicht wahr? Aber es ist wahr, und je eher ihr jene informiert, Herr, willst du das wirklich alles erzählen? Es ist Zeit, dass meine Leute aufwachen und tiefer eindringen. Es gibt keinen einfachen Weg, das zu erklären, was vor sich geht. Claire, mein Hauptanliegen ist, dass diese Nation durch ein Phantomkonzept gespalten wurde, nicht aufgrund echter Probleme. Diese Konflikte, die von Krisenakteuren gespielt werden, welche von der Schattenregierung bezahlt werden, haben so viele glauben lassen, dass diese Probleme real sind und dass sie noch einmal aufstehen und für ihre Rechte kämpfen und sogar gewalttätig werden müssen, um es den Übeltätern zurückzuzahlen. All dies ist eine psychologische Manipulation, die mit Jugendlichen spielt, die aufgrund von Frustrationen im Leben verbittert sind. So treibt Satan auch die gewalttätigen muslimischen Gruppen an. Ich bin der Gott der Liebe, nicht der Gott des Chaos. Meine Leute, ihr müsst verstehen, dass ihr manipuliert und benutzt werdet, um eine grausame und rücksichtslose Regierung herbeizuführen, sofern ihr ihnen in die Hände spielt. Die Medien haben die Nation mit Lügen, Verleumdung und Tratsch über all jene durchdrängt, die die Menschen in die wahre Freiheit führen. Noch einmal, wenn ihr diese Dinge glaubt und sie wiederholt, lügt ihr. Ihr verbreitet Tratsch, welcher zerstört. Kurz gesagt, ihr befindet euch tief in der Sünde und eure Übereinstimmung mit dieser Verleumdung hat die Tür für die Dämonen geöffnet, um euch in eurem persönlichen Leben zu beuteln. Verleumdung und Tratsch sind ernste Sünden, die zum Tod eurer Seele führen können. Diese Dinge anzuhören, mit ihnen übereinzustimmen und sie weiterzureichen, schadet eurer eigenen Seele und den Seelen, die ihr liebt, sowie jenen um euch herum. Aber ich möchte mit euch darüber sprechen, wie ihr euren Frieden bewahren könnt, während sich die Dinge aufheizen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, wird beschützt werden. Betet jeden Tag Psalm 91 über eure Familien. Wisst, dass ich, während ihr Zeit mit mir verbringt, mein Herz, meinen Frieden und meinen Schutz mit euch teile. Ihr mögt es nicht fühlen, aber meine Gnade durchdringt euch während diesen Zeiten. Eine Sache, die ihr nach der Anbetung mit mir fühlen werdet, ist eine gewisse Ruhe und Zuversicht, dass ihr in meinen Händen seid und ich euch anerkenne und liebe. Ich möchte, dass ihr als friedliche Riesen unter den Menschen lebt. Sogar mitten im Chaos möchte ich, dass der Friede eures Herzens und eures Gesichts hinaus strahlt und jene um euch herum berührt. Aber ihr müsst euch von den Lügen und Verleumdungen fernhalten und bei der Wahrheit bleiben. Ihr werdet wahrgenommen werden. Wenn andere von der Angst erfasst werden und ihr euren Frieden bewahrt, werden sie erkennen, dass ich die Kontrolle habe und jene, die in mir ruhen, werden jenen Frieden haben, der alles Verständnis übersteigt. Geht jetzt, meine Lieben, und setzt euch für die Wahrheit ein und dafür, was richtig ist. Lasst euch nicht auf explosive Situationen ein. Betet ohne Unterlass und betet besonders Jesus, ich vertraue dir. Rette unseren Präsidenten und unsere Nation. Ich bin bei euch, um euch die Gnade zu schenken, die ihr braucht, um der Versuchung widerstehen zu können, der Angst, dem Zweifel und anderen negativen Gefühlen nachzugeben. Denkt daran, dass dieser Friede einkehrt, wenn ihr bei mir und in mir bleibt. Vertraue und glaube ich, das ist eine vantagem Entschlüsse, die es in der Vergangenheit ist. Ich bin bei euch, die wir bei uns sind, die wir bei uns sind. Und das ist ein Kampf, die wir in der Vergangenheit und in der Vergangenheit nicht, Es geht so, und ich bin bei uns